Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetsky. Diesmal Tom Gregory's Never Look Back. Die Geschichte wird erzählt von der 6a der Pestalozzi-Schule in Sangerhausen. Klasse übersetzt haben Estin, Zoe, Erik, Maria, Lennox, Stanley und Cheyenne. Sie wissen alles über diesen voll verrückten Liebestrip. Können wir unser Herz brechen oder warten und sehen, wo es hinführt? Gott, weißt du, du und ich können Gold sein. Nein, wir werden niemals zurück sein. Seelenbrüder, die Chemie stürmt vor und zurück. Hätte nie gedacht, dass du mich so brauchst. Wir rennen schnell den Berg runter, verlieren die Kontrolle und fallen. Ich möchte deine Liebe erreichen. Du schönes Gegenmittel bringst Leben in meine Knochen wie ein Blitz, der einschlägt. Zeig mir irgendwas. Immer nach vorn, niemals zurück, Vollspeed und komplett ohne Bremsen. So sind die zwei unterwegs. Tom Gregory's Never Look Back. Klasse übersetzt von der 6a der Pestalozzi-Schule in Sangerhausen. Habt ihr auch Lust drauf? Seid ihr Lehrer, Eltern oder Schüler und sagt Mensch, kommt doch zu uns? Ja, dann Mensch, sag ich, bewerbt euch auf radio-saw.de. Und mit etwas Glück gewinnt ihr dazu noch eine coole Klassenfahrt mit A- und O-Hostels. Also rein ins Netz und ab geht's. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf radio-saw.